Donatellus David war eines der revolutionärsten Kunstwerke des 15. Jahrhunderts. Zum ersten Mal seit der römischen Antike hatte jemand gewagt, die freistehende Bronze-Skulptur eines nackten Mannes anzufertigen. In dem Helm auf dem Boden, auf dem David steht, liegt Goliaths Kopf als eine Art Siegestrophäe. An dem Helm ist eine lange Feder angebracht, die bis zu Davids Oberschenkel hinaufreicht. Man kann sie als eine Art erotische Liebkosung deuten. Eine derart sinnliche Kunst stieß in Florenz auf viel Missbilligung. Donatellus David war heikel, denn Florenz wurde mehr als jeder andere Stadt der Renaissance mit Sodomie und Homosexualität in Verbindung gebracht. 14.000 Menschen wurden im 15. Jahrhundert in Florenz verurteilt, weil sie angeblich das Verbrechen der Sodomie begangen hatten. Er spielte also ein sehr gefährliches Spiel. Aber er war risikofreudiger als manche seiner Zeitgenossen. Cosimo gab bildenden Künstlern und Schriftstellern Raum, neue Ideen zu entwickeln, die über die orthodoxe Haltung der katholischen Kirche hinausgingen. In der Kunst war das möglich. Malerei, Bildhauerei und Architektur erweiterten die Grenzen des Machbaren. Niemand in Florenz riskierte so viel wie Brunelleschi. Seine herrliche Kuppel wuchs immer weiter in die Höhe. Mit jedem neuen Backstein verstärkte sich die Wölbung. Dies war die kritische Phase von Brunelleschis Vorhaben. Eines der grössten Probleme, vor denen Brunelleschi beim Bau der Kuppel stand, besonders im oberen Bereich, war das Risiko, dass Backsteine ins Innere fielen. Um das zu verhindern, baute Brunelleschi vertikale Backsteingurte ein, um die horizontalen Steinschichten damit zu verbinden. Dabei wurden die Gurte mit Steinen fünf, sechs Reihen darunter verkeilt, in denen der Mörtel schon getrocknet war. Brunelleschis Fischgrätenkonstruktion war noch nie einem Praxistest unterzogen worden. Die kleinste Fehlberechnung konnte katastrophale Folgen haben. Es wäre eine Katastrophe gewesen. Nicht so sehr, weil irgendein architektonisches Vorhaben gescheitert wäre, sondern weil das grandioseste Symbol florentinischen Stolzes nicht zustande gekommen wäre. Von seinen Gönnern bis zu seinen Arbeitern schauten alle ungläubig zu. Brunelleschi musste beweisen, dass er recht hatte. Brunelleschi war ein sehr zupackender Mensch. Nicht nur, dass er viele Backsteine überprüfte und Lieferungen zurückschickte, wenn sie nicht ganz in Ordnung waren, sondern er legte sogar manchen Stein selbst. Die Bauarbeiter waren keineswegs sicher, ob es funktionieren würde, Steine auf eine nach innen geneigte Wölbung zu legen. Da stieg er selber hinauf und setzte sein Konzept in die Tat um. Brunelleschi hatte über alle Zweifel und Befürchtungen gesiegt. Im Jahr 1436 war es soweit. Brunelleschi, der die ganze Zeit an dem Glauben festgehalten hatte, dass er die Kuppel ohne Gerüst oder andere sichtbare Stützen bauen könnte, hatte das Wunder vollbracht, wie er es in einem kleinen Gedicht beschrieb. Halleluja! 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 Das gewaltige Bauwerk versinnbildlichte den Aufstieg der mächtigsten Familie der Stadt. Nun erhob es sich majestätisch über der Stadt Florenz, das größte architektonische Meisterwerk des Abendlandes. Halleluja! 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 Cosimo sonnte sich im Glanz der Kuppel und lud den Papst ein, sie persönlich zu weihen. Hätte Cosimo in die Zukunft schauen können, hätte sich vor seinen Augen an der Decke der Kuppel die Geschichte der Renaissance entfaltet. Mit 37.000 Tonnen Gewicht und über 4 Millionen Backsteinen war Brunelleskis Kuppel der sichtbare Beweis dafür, dass der Mensch das scheinbar Unmögliche bewerkstelligen konnte. Ein Freund von Cosimo beschrieb die Wirkung des Baus. Er berührt den Himmel und wirft seinen Schatten über die ganze Toskana. Cosimo schlug sogleich Kapital aus dem Triumph. Er plante ein glanzvolles internationales Schauspiel. Die Versammlung von Florenz. Sie würde eine internationale Bühne sein für die herrliche neue Kuppel und eine Feier florentinischer Kunst und Kultur, die unter Cosimo de' Medici erblüht waren. Die Versammlung erwies sich als das größte Stelldichein von Denkern, Künstlern, Kaufleuten und Kirchenvertretern, die die Welt je erlebt hatte. Rasch verbreitete sich die Kunde von der Geburt eines neuen Roms an den Ufern des Arno. Auf den Strassen und Plätzen von Florenz begegneten sich die Kulturen von Morgen- und Abendland. Und finanziert wurde alles von Cosimo de' Medici. Das Ungewöhnlichste war, dass er die Reisekosten all der Menschen aus allen Ecken der Erde, aus Indien und Äthiopien bezahlte. Boten wurden ausgesandt, die Menschen aus diesen fernen, für die Florentiner wahrhaft mythischen Ländern herbeiriefen, von denen ihre Legenden erzählten. Cosimos Gäste betrachteten staunend die überschäumende Kunst und Kultur im Schatten von Brunelleskis Kuppel. Cosimo war entzückt. Er veranstaltete öffentliche Vorträge über Plato. Besser hätte es nicht kommen können. Und er gewann unglaubliches politisches Prestige. Es war die Krönung all seiner Wünsche. Cosimo war nun der große Fürsprecher der Einwohner von Florenz. Er war nun wirklich ihr Schirmherr, ihr Pate geworden. In jeder Hinsicht. Er war nun wirklich ihr Schirmherr, ihr Pate geworden. In jeder Hinsicht. Cosimo hatte den Triumph seiner Stadt angeführt. Aber im Herzen blieb der Pate von Florenz ein vorsichtiger Mensch. Ich kenne die Launen meiner Stadt. Noch ehe 50 Jahre ins Land gegangen sind, wird man uns verstoßen. Aber meine Gebäude werden bleiben. In seinen letzten Jahren taufte und begrub er einen Sohn und einen Enkelsohn. Bei Cosimus' Tod im Jahr 1464 erklärte ihn die Stadt Florenz zum Pater Patriae, dem Vater des Vaterlandes. Wer sollte die Medici in Zukunft anführen? Wer würde nun in die Fußstapfen des Paten der Renaissance treten? Was ist das? Siegt. Im Jahr 1436 war es soweit. Brunelleschi, der die ganze Zeit an dem Glauben festgehalten hatte, dass er die Kuppel ohne Gerüst oder andere sichtbare Stützen bauen könnte, hatte das Wunder vollbracht, wie er es in einem kleinen Gedicht beschrieb. Das gewaltige Bauwerk versinnbildlichte den Aufstieg der mächtigsten Familie der Stadt. Nun erhob es sich majestätisch über der Stadt Florenz, das größte architektonische Meisterwerk des Abendlandes. Cosimo sonnte sich im Glanz der Kuppel und lud den Papst ein, sie persönlich zu weihen. Hätte Cosimo in die Zukunft schauen können, hätte sich vor seinen Augen an der Decke der Kuppel die Geschichte der Renaissance entfaltet. Mit 37.000 Tonnen Gewicht und über 4 Millionen Backsteinen war Brunelleskis Kuppel der sichtbare Beweis dafür, dass der Mensch das scheinbar Unmögliche bewerkstelligen konnte. Ein Freund von Cosimo beschrieb die Wirkung des Baus. Er berührt den Himmel und wirft seinen Schatten über die ganze Toskana. Cosimo schlug sogleich Kapital aus dem Triumph. Er plante ein glanzvolles internationales Schauspiel. Die Versammlung von Florenz. Sie würde eine internationale Bühne sein für die herrliche neue Kuppel und eine Feier florentinischer Kunst und Kultur, die unter Cosimo de' Medici erblüht waren. Die Versammlung erwies sich als das größte Stelldichein von Denkern, Künstlern, Kaufleuten und Kirchenvertretern, die die Welt je erlebt hatte. Rasch verbreitete sich die Kunde von der Geburt eines neuen Roms an den Ufern des Arno. Auf den Strassen und Plätzen von Florenz begegneten sich die Kulturen von Morgen- und Abendland. Und finanziert wurde alles von Cosimo de' Medici. Das Unmögliche. Eine derart sinnliche Kunst stieß in Florenz auf viel Missbilligung. Donatello's David war heikel, denn Florenz wurde mehr als jeder andere Staat der Renaissance mit Sodomie und Homosexualität in Verbindung gebracht. 14.000 Menschen wurden im 15. Jahrhundert in Florenz verurteilt, weil sie angeblich das Verbrechen der Sodomie begangen hatten. Er spielte also ein sehr gefährliches Spiel. Aber er war risikofreudiger als manche seiner Zeitgenossen. Cosimo gab bildenden Künstlern und Schriftstellern Raum, neue Ideen zu entwickeln, die über die orthodoxe Haltung der katholischen Kirche hinausgingen. In der Kunst war das möglich. Malerei, Bildhauerei und Architektur erweiterten die Grenzen des Machbaren. Niemand in Florenz riskierte so viel wie Brunelleschi. Seine herrliche Kuppel wuchs immer weiter in die Höhe. Mit jedem neuen Backstein verstärkte sich die Wölbung. Dies war die kritische Phase von Brunelleschis Vorhaben. Eines der größten Probleme, vor denen Brunelleschi beim Bau der Kuppel stand, besonders im oberen Bereich, war das Risiko, dass Backsteine ins Innere fielen. Um das zu verhindern, baute Brunelleschi vertikale Backsteingurte ein, um die horizontalen Steinschichten damit zu verbinden. Dabei wurden die Gurte mit Steinen fünf, sechs Reihen darunter verkeilt, in denen der Mörtel schon getrocknet war. Brunelleschis Fischgrätenkonstruktion war noch nie einem Praxistest unterzogen worden. Die kleinste Fehlberechnung konnte katastrophale Folgen haben. Es wäre eine Katastrophe gewesen. Nicht so sehr, weil irgendein architektonisches Vorhaben gescheitert wäre, sondern weil das grandioseste Symbol florentinischen Stolzes nicht zustande gekommen wäre. Von seinen Gönnern bis zu seinen Arbeitern schauten alle ungläubig zu. Brunelleschi musste beweisen, dass er recht hatte. Brunelleschi war ein sehr zupackender Mensch. Nicht nur, dass er viele Backsteine überprüfte und Lieferungen zurückschickte, wenn sie nicht ganz in Ordnung waren, sondern er legte sogar manchen Stein selbst. Cosimo schlug sogleich Kapital aus dem Triumph. Er plante ein glanzvolles internationales Schauspiel. Die Versammlung von Florenz. Sie würde eine internationale Bühne sein für die herrliche neue Kuppel und eine Feier florentinischer Kunst und Kultur, die unter Cosimo de' Medici erblüht waren. Die Versammlung erwies sich als das größte Stelldichein von Denkern, Künstlern, Kaufleuten und Kirchenvertretern, die die Welt je erlebt hatte. Rasch verbreitete sich die Kunde von der Geburt eines neuen Roms an den Ufern des Arno. Auf den Strassen und Plätzen von Florenz begegneten sich die Kulturen von Morgen- und Abendland. Und finanziert wurde alles von Cosimo de' Medici. Das Ungewöhnlichste war, dass er die Reisekosten all der Menschen aus allen Ecken der Erde, aus Indien und Äthiopien bezahlte. Boten wurden ausgesandt, die Menschen aus diesen fernen, für die Florentiner wahrhaft mythischen Ländern herbeiriefen, von denen ihre Legenden erzählten. Cosimos Gäste betrachteten staunend die überschäumende Kunst und Kultur im Schatten von Brunelleskis Kuppel. Cosimo war entzückt. Er veranstaltete öffentliche Vorträge über Plato. Besser hätte es nicht kommen können. Und er gewann unglaubliches politisches Prestige. Es war die Krönung all seiner Wünsche. Cosimo war nun der große Fürsprecher der Einwohner von Florenz. Er war nun wirklich ihr Schirmherr, ihr Pate geworden. In jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Applaus Cosimo hatte den Triumph seinen Stadt angeführt. Aber im Herzen blieb der Pate von Florenz ein vorsichtiger Mensch. Ich kenne die Launen meiner Stadt. Noch ehe 50 Jahre ins Land gegangen sind, wird man uns verstoßen. Aber meine Gebäude werden bleiben. Ich kenne die Launen meiner Stadt.